Kann man zuschlagen, das weiß ich. Bei H1Z1? Ja, ich glaube da kann man auch ein Pipi zuschlagen. Ich dachte, in Papti habe ich das immer gesehen, dass man zuschlagen kann. Ja, in Papti kann man auf jeden Fall zuschlagen. Wohin gehen wir? Also ich gehe bei 255 West bin ich. Das komische Lager davon, ne? Ich gehe bei Süd, ja. Ja, doch, da gehe ich dann auch noch. Ich hoffe, ich kann drin landen noch. Ich glaube, ich lande lieber genau vor der Viertel, das ist sicherer. Wie kann man das überhaupt so lang ziehen? Hä? Ähm, je nachdem wo du mit den, also wo du hinguckst, je nachdem fliegst du halt auf. Achso, okay. Du bist drin, ne? Wenn du nach oben guckst, dann bin ich drinnen gelandet, ja. Oh, du Sau. Jetzt muss ich gucken, wie ich reinkomme. Ah, hier ist ein Eingang. Ja. Sieht aus wie ein Militärgelände oder so. Ja. Minimum MG will ich haben. Minimum. Ich hoffe, der ist schon mal gut. Ja. Ist eine Armbrust. Ja. Was bist du? Ähm, ich höre so eine Kiste in der Nähe. Ich weiß nicht, die Armbrust mit der Muni. Ja, jetzt hast du die Muni. Warte. Ich höre auch Stritte. Ich höre auch Stritte. Ich nehme die Pisteln, die ich höre. Da oben drauf ist das Ding. Wie hörst du die? Die machen so Störgeräusche. Ach so. Ach so. Ein Rucksack? Hast du schon einen Rucksack? Nein. Ach so. Mit dem Rucksack. Ich nehme diese Bände mit. Ich glaube, da ist was nach außen geflogen. Ich habe keine Ahnung. Granaten. Kann ich leider nicht mitnehmen. Ich hoffe. Es liegt irgendwo noch etwas. Ein Helm ist hier drin. Verbände. Einen Helm habe ich schon. Shortflinte. Hier ist eine Weste. Hast du schon eine Weste? Ja, ich habe schon eine Weste. Schuhe. Hast du Schuhe schon? Ich glaube noch nicht. Also die kannst du dann machen. Okay. Ein wieder. Letzte. Was hatte ich mit den Schuhe? Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich die Standortwaffe hier im Spiel. Weil überliegen halt. Ja, hier oben drauf liegt sogar auch noch mal eine. Eine Kiste oder wie? Nein, eine Fruchtflinte. Ach so. Schon wieder eine Fruchtflinte? Schon wieder eine Fruchtflinte? Sag mal ein Paket. Links von uns. Hä? Draußen wahrscheinlich. Ja nicht. Ich höre sie direkt links. Oder direkt außen. Oh Gott. Das Gas kommt. Ah, okay. Ein bisschen los. Shit. Da habe ich gerade schon mal drauf geachtet. Ja. Ich glaube das Gas macht nicht zu viel Schaden. Ich glaube noch nicht. Ich gehe schon mal raus. Ich hole schon mal ein Auto. Ja. Falls da vorne ein Auto sein sollte. Ja, ich muss jetzt auch laufen. Ich habe die gestern rauf gemacht. Ich habe einen Rucksack bekommen. Und einen Schaden bekommen. Ja, das ist schon mal gut. Ich habe auch nur einen Schaden bekommen. Nein. Ja, Verbände hast du ja immer. Davon hat man ja immer. Ja, Pinkstrip hat man ja immer. Boah. Und schon ist der nächste Kreis drin. Komm, was ist das? Ein Buggy? Ne, TV. Egal. Ich komme zu dir. Ich fahre erstmal in den Kreis rein, würde ich sagen. Ich fahre mal was weitermachen. Vielleicht sieht da so ein Auto drin. Im Kreis drin. In der Straße. Dann gucken wir mal, was das für ein Auto ist. Ich habe zwei Autos drin. Ich habe nicht gehört. Das ist dein Auto. Das ist dein Auto. Ein ATV wieder. Das ist irgendwo noch nicht gelootet. Okay. Also glaube ich noch nicht. Weil die... Nee, da war eigentlich gar nichts. Da war nur eine Nummer schon noch. Da werden wir noch nicht so direkt daneben. Auch Kranade. So, jetzt haben wir noch zwei blaue Autos. Zwei... Blaue. Haha. Bikes. Ich fahre mal weiter geradeaus. Mal gucken, ob da vorne ein Auto steht. Mhm. Au. Wir haben ein Polizeiauto. Haben wir hier. Nein. Ich geh nur mal kurz nicht runter. Was ist denn los? Schuhe. Autoprop. Oh, ich höre. Ein Polizeiauto. Ja. Ja, ich seh's. Shit. Hey. Ups. War das nur einer? Ja, das war nur einer. Wieso? Monokoff-Octel hier? Wollt ihr ja gerade was werfen? Und nicht? Ich habe gerade drauf geschossen. Ja. Ich glaube. Egal. KSK. Passt. KSK. So was hat er denn hier schönes? Oh. Oh. Komm zurück. Komm zurück. Kommt er. Ja. Haufenweise tolle Sachen. Ganz viele tolle Sachen. Ich nehme mal eine Armbrust-Munition jetzt. Oh, ich seh's. Kaliber. Nimm du das Gewehr, genau. Und die Schutzweste. Mal gucken. Dann gibt es noch eine bessere Schufflinte. Willst du die bessere Schufflinte? Ja. Dann nehme ich die Schufflinte. Oh ja. Dann nehmen wir das selber. Ich habe einen Verbandskasten mit. Granaten nehme ich mal mit. Ich habe schon für. Granaten. Ja. 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 Ich hatte ja nicht mal eine Chance draufzuschießen. Ja. 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 Aber ist noch nicht so schlimm. Aber passt doch. Jeder hat was bekommen. Ja. Ich habe gerade gezielt. Wollte gerade schießen. Auf einmal sehe ich. Okay. Jetzt hat's von dir. Ich glaube ich stehe doch nicht mehr drauf. Ja. Kommt er hat von mir zwei Armbrust-Granaten bekommen. Irgendwann muss da auch mal drauf gehen. Ja. Kann ja nicht angehen. Ja. Entschuldigung. Ja. Ich stehe glaube ich doch nicht mehr drauf. Wenn der jetzt schon auf Kion ist. Das erste Mal habe ich gehört. Dann habe ich mich umgedreht. Wollte rauskommen. Dann war doch ganz halt nicht. Aber dass er alleine unterwegs war. Der andere war schon wahrscheinlich tot oder so. Wahrscheinlich zweit aufeinander gelandet. Oh was blau ist. Ich fahr mal mal dahin. Okay ist schon wieder weg. Hat sich erledigt. Das wurde gerade gelootet. Und links in uns ist eine Stadt. Und wer weiß was hier drin los sein wird. Hm. Ich würde sagen wir fahren mal mit ihm weiter. Weil der Kreis wird sich dafür so klein. Mhm. Wir fahren mal hier irgendwo. Aber wohin er kleiner wird halt. Ja. Das ist halt immer so. Ich weiß nicht was passieren kann ist. Dass er wirklich in der Stadt kleiner ist. Also am kleinsten. Da ist der Polizei auch. Ja. Ähm. Ich glaube das verfolgt uns. Sicher? Sollen wir aussteigen und schießen? Sicher. Es ist hinter uns. Und da ist auch noch einer. Oh Gott. So die Frage ist aussteigen und schießen oder? Er verfolgt uns aber er schießt nicht. Also ich verfolge es nur. Er hat geschossen. Ja. Hab's gesehen gerade. Ich weiß nicht sagen wir. Ich bin unsicher. Er kommt wieder. Also er fährt wieder. Da oben da ist noch einer jetzt. Bei ihm. Ja das ist ja vielleicht ein anderer Freund oder? Weil er sich. Ja ja scheint so. Ja 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 ja. Wir fahren mal. Wir fahren mal. Wir fahren mal. Wir müssen wie so in die andere Richtung. Oder mal. Ja. Ich hab ihnen netzart mitgegeben irgendwie. Ah verdammt. Alter wie viele hier sind. Oh Gott. Wir haben ja 7 Leute gesehen oder so. Ich hab schon 5 Sekunden. Das gefällt mir nicht. Und irgendwie hat eine geile und irgendwer die besten Auffassung so aussieht. Ja. Wir unten schießen. Zwei Teams aufeinander. Da direkt links. Hm. Lass du ruhig dich gegenseitig abkennen. Vielleicht kann ich Polizeiaufa. Ich halte sogar rechts ran bei den Häusern. Dann landen wir wieder richtig. Sieht nicht so aus. Okay. Ne. Vergiss das Aussteigen. Ja. Für den Häusern rechts hin ran. Vielleicht können sie abkennen und das Polizeiauto nehmen. Ja genau. Ich bin froh dass sie ausgestiegen sind. Die scheint aber auch irgendwo ein Auto zu sein. Was haben die nennt. Schauen wir mal. Wir müssen gucken dass wir nicht von hinten überfahren werden. Wir schießen auf jeden Fall. Zwei Teams. Ja wir schießen zwei Teams. Von vorne. Rechts von uns kommt direkt ein Supply Drop. Ja okay. Das ist jetzt kacke. Das andere sind am Haus jetzt. Ja. Deine sind ja. Ja. Guck mal rechts runter. Ja. Oh Gott. Ich habe jetzt Stopp bekommen. Ich bin weg. Verdammt. Mit der Sniper. Von links kam dir aufpassen. Ja. Da unten kommt auch noch mein Auto. Ist doch alles kacke. Geh ins Haus rein. Da bist du sicherer. Ja. Ich versuch gerade was. Ne das geht da nicht. Ja ich weiß dass jemand drin ist. Ist doch das Problem. Links von dir. Ja. Da ist gerade raus. Oh ne. Warum kann ich nicht schießen? Ich verstehe das nicht. Ich habe auch noch zwei gedrückt und es ist nichts passiert. Ich möchte etwas haben. Ich habe geschossen. Ich weiß dass ich geschossen habe. Ich habe schon wieder keinen Kill. Oh Mann. Nett. Ich fülle die Runden. Naja das wir mal machen. Ist halt so. Kann man nicht kommen. Oh mein Gott. Und die Brauch gehen. Ah. Oh mein Gott. Aber wir sind wenigstens 14. geworden in der Gruppe, das ist doch was. Ich lade dich ein damit. Und danach machen wir eine kurze Pause. Okay, bist du schon beigetreten? Alles klar? Schon beigetreten. Und um das geht's. Danach machen wir eine kurze Pause. Müssen wir erstmal ein Prankstorming machen, würde ich sagen. Wir machen dann eine Analyse, was wir falsch machen. Alles. Alles. Also ich mache eindeutig alles. Ich bin zu blöd für sowas. Ich gehe auf den Heli hinten drauf. Macht mir Spaß. Da ist kaum noch jemand oben drauf. Passt schon mal. Das ist mein Flügel. Und hinlegen. Tada. Wo du noch im Klo warst, da war ich ja auch auf dem Helium drauf. War ich in der Mitte. Und auf jeden scheiß Flügel standen sie alle drauf. Und alle lagen sie. Ei, ei, ei. Was macht der mit dir? Der steht viel auf dich. Keiner macht mit. So langweilig sind die hier. Ihr Appa. Was macht der denn in der Mitte? Ich hab sie ist das hier. Nein, nein. Hä, was ist das für ein... Was war denn das grad tanzen? Ja, ich glaub das ist irgendwas, was man sich kaufen kann. Wer auch nach Gäste ziehen kann, ich weiß es nicht. Naja, Geld ausgeben will ich ja dafür nichts. Definitiv. Ich auch nicht. Vor allem, man kann ja die Zuge sich die darüber spielen. Braucht halt Ewigkeiten. Man kann sie nicht mehr spielen. Oh. Ja, ob man es braucht, ist eine andere Frage halt, ne? Ja. Das Problem ist, ich hab mich mal ein bisschen umgeschaut bei den Klamotten. Da gibt's welche, die wirklich richtig grell von den Farben sind. Also, als hier Weihnachtsbaum rumlaufen, da brauch ich nicht lange spielen. Dann bin ich jedes Mal der Erste, der stirbt oder so. Das sieht man ja überall. Oder der Weihnachtsbaum mache ich dann so hell, dass dann alle geblendet sind in meiner Umgebung. Da kann ich alle abknallen. So, alle geflasht. Geblendet. So, würde ich sagen, zum Auto auf dem Berg. Genau diese Richtung. Oh ja, hier oben sind, glaube ich, Kisten. Wenn ich es noch richtig erinnere. Lass mal mal gucken. Da gibt's dann immer solche... Ja, hier ist eine Station da dran, glaube ich. Ja. Ja, hier ist eine Kiste bei mir. Mach sie auch. Mach sie auch. Oh, blaues. Hier ist ein taktischer Helm sogar. Und Munition. Dann nimm du die taktischer Munition. Ähm, ich hab hier eine Sniper. Willst du da haben? Ja. Hier ist noch der Helm, ne? Da gibt es eine Sniper. Hab ich. Hast du dafür auch noch Muni? Äh. Okay. Super. Warte, ich glaubst dir wieder zurück und du durfst in die Muni raus. Ja, genau. Ich glaub, das macht mehr Sinn. Kann sein. Ich hab Muni, hattest du denn dafür? Holy shit. Okay, also so funktioniert's am besten. Jetzt hab ich keine Waffe. Ich hab hier, glaub ich, noch irgendwas gesehen, wo man auch nicht fliegen kann. Na gut, nur ein kleines Lager. Ja, aber besser als nicht, wenn irgendwas drin ist, was ich brauch, Munitionsmäßig eine Pistole ist. Ein Helm, ein Rucksack. Achso, oh, sorry. Das hab ich den Rucksack so schnell eingesammelt. Wende. Wende. Ich hab noch Regen, das ist mehr in die Richtung. Ja, da ist doch noch ein Auto drin. Mal gucken. Ähm. Ich hoffe mal, wir überleben das. Na ja. Ich guck die Sonne entgegen. Ah, schön. Aussteigen? Oder? Ah, nee, überhaupt nicht. 42 Prozent. Ist noch alles gut. Was? Holy shit. Oh, hinter uns, hinter uns ist einer. Aussteigen, aussteigen. Aussteigen. In Deckung gehen. Der kam von hinten. So. Scheißpistole. Ich brauch eine andere Waffe. Ich hoffe, ich bin da. Bei dem Stein? Ähm, nee, äh, da war, ähm, südlich 195. Doch, beim Stein. Hinten, beim Stein, beim Haus. Kriegst du mit dem Sniper? Da ist rechts rüber. Ja, er ist nichts, ich werde immer mehr ran. Shit, shit. Hab ihn. Hab ihn. Äh. Du bist komplett tot. Du bist auch tot, oder? Nee, 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 nee. Ich lebe noch. Ich lebe noch. Ich hatte es nur der Stadler. Ich habe ihn erschossen. Er ist komplett, er ist sogar direkt aufgeploppt. Also, der gesamte Loot liegt hier rum. Ich komme. Ich komme. Ich werde beschossen, ich werde beschossen, ich werde beschossen, ich werde beschossen. Irgendjemand schießt gerade hier noch. Muss aufpassen. Aber wo? Ja. Das ist die Frage der Fragen. Vor dir sind zwei Leute, aufpassen. Zack, 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 zack. Der eine war direkt neben mir. Hast du es geschafft? Hast du es nervlich ertragen? Also, der eine von denen kann kaum noch api haben. Ich habe mir den Kopfschuss gegeben mit der Lidersniper. Sehr gut. Oh, ich habe zwei. Oh, ich habe einen erwischt. Einen gekillten, glaube ich, den anderen schon getötet. Rechts von dir kommt er. Ich weiß, dass ich irgendwo noch war. Nein, daneben! Nein! Nein! Der Trammer geschossen hat mich nicht getroffen. Ja, ich habe es gesehen. Wir beide kümmern, es ist you. Oh, Gott. Das eine, der den Kopfschuss überlebt hat, nervt mich gerade. Ich hatte schon einen fucking 50er-Helm. Ich kann doch nicht wach sein. Oh, interessant. Ich habe auch merkt, bei den Bergen dann gibt es immer guten Gut. Oder bin ich der Sniper? Wir haben mal eine kurze Pause. So.